Quick-Tip, Skill-Punkte richtig verteilen. Um die Skill-Punkte verteilen zu können, drückt man die Taste O und landet da in der Auswahl für die verschiedenen Skills. Heute schauen wir uns das Spin-Fishing mal ein bisschen genauer an. Und wie man sieht, habe ich hier schon einige Skill-Punkte drin, weil ich sehr viel Spin-Fishing betreibe. Einer der wichtigen Skills ist quasi die Handhabung der Stationärrolle. Wichtig, weil die Handhabung der Stationärrolle oder die fünf Punkte, die hier drin verteilt sind, gleichzeitig fürs Posenangeln zählen und auch fürs Grundangeln. Also diese fünf Skill-Punkte, die sind überall gleich. Wenn man anfängt mit dem Spinning, dann startet man mit der Spinning-Route. Die Punkte, die habe ich hier geskillt. Die Punkte, die hier drin verteilt sind, bewirken, dass die Wurfreichweite ein bisschen gepusht wird und die Wurfgenauigkeit genauso wie die Fischkontrolle. Das bedeutet, dass Fische, die sehr kampfstark sind, von euch deutlich leichter eingezogen werden können bzw. der Drill nicht ganz so lange dauert. Die wichtigsten Köder für den Anfang sind die Spinner. Spinner lohnen sich absolut zu skillen, da man sie später auch speziell hier am Belaya häufig verwenden wird. Um am Belaya erfolgreich angeln zu können und auch vor allem gerade im Anfangsbereich weit genug rauszukommen, empfiehlt es sich tatsächlich hier die Stationärrolle geskillt zu haben und die Spin-Route. Dadurch habt ihr einen großen Vorteil an Reichweite, kommt deutlich weiter raus und habt hier schon mal viel eher eine Chance auch Fische am Belaya dann zu fangen. Ja und gerade mit dem Starter-Set und dem leichten Spinnern, wie gesagt, kann man hier dann sehr schnell sehr gut skillen. Als nächstes könnte man sich überlegen, ob man vielleicht erst sogar noch die Wobbler skillt und als drittes dann erst die Blinker. Spart euch zwischendurch auch ruhig mal ein paar Skill-Punkte auf, um so ein bisschen Variationsmöglichkeiten zu haben. Blinker verwendet man äußerst selten im Anfangsbereich. Man kann sie, wenn man eine etwas stärkere Route hat, so im Bereich von 20+, Level 20+, kann man sie verwenden, um auf Hechte zum Beispiel zu gehen. Oder am Belaya gibt es zum Beispiel die Möglichkeit mit den Hunter-Blinkern zu angeln. Da allerdings dann die Hunter-Serie 3, das sind die kleinsten Hunter, mit denen kann man auch hier am Belaya angeln. Kommen wir dann zu den nächsten Montagearten. Die hier folgenden Montagearten werden auch als Finesse-Montagearten bezeichnet. Das heißt, wir haben hier einmal Kickback-Rig, dann haben wir hier Dropshot, Vecchi-Rig, Texas-Rig, Carolina-Rig. Und also diese Methoden sind alles Jig-Montagen. Es gibt ein extra Video zu den verschiedenen Spinning-Methoden und wie man sie anwendet. Hier habe ich in den letzten Monaten und Jahren hauptsächlich Punkte gebraucht fürs Vecchi-Rig, weil das eine Methode ist, um auch nicht unbedingt Spinning-affine Fische trotz allem auf Spinning zu fangen. Das ist äußerst interessant eben eigentlich fürs Ultra-Light-Angeln zum Beispiel, weil man beim Vecchi-Rig eine Art Wurm nachimitiert. Und da beißen dann eben auch andere Fische drauf als klassische Jäger, die sonst eher auf Spinner zum Beispiel gehen. Und hier haben wir dann zum Beispiel auch nochmal Texas-Rig, eine Methode, die dann eher fürs Gummifisch-Angeln sich eignet. Und da imitiert man quasi einen Gummifisch, der so ein bisschen kränklich ist und am Boden entlang hüpft. Und auch das eine absolute lohnenswerte Methode. Manche stehen eher auf Carolina-Rig, manche eher auf Texas-Rig. Wenn man natürlich hauptsächlich Spinning macht und kaum etwas anderes, kann man hier natürlich wieder mehr Punkte rein investieren. Da empfiehlt sich dann vielleicht auch beides zu skillen, wobei man am Ende vielleicht auch nochmal Skill-Punkte benötigt fürs Spirulino. Beziehungsweise da setze ich gerade vor, Spirulino-Kunstköder-Montage. Gerade jetzt am Yama, am aktuellen neuesten Gewässer, lohnt sich auch tatsächlich mal Spirulino zu verwenden. Die schwerste Angelmethode im Spinning ist die Jerkbait-Methode. Mit den Jerkbaits geht man hervorragend auf Hechte zum Beispiel. Sehr, sehr große Köder, die man an sehr schweren Routen durchs Wasser jagt. Ich hatte lange Zeit keine Skill-Punkte drin. Diese sieben Punkte hatte ich mir lange gespart. Hab dann aber nach Monaten dann doch irgendwann mal Punkte rein investiert. Und hab festgestellt, dass es doch schon wirklich mehr Spaß macht, wenn man ganz gezielt einen Spot anwirft und den dann auch noch trifft. Also hier die Handhabung für die Wurfgenauigkeit, die macht da schon richtig Sinn. Und auch hier zählt dann wieder, dass man Skill-Punkte in die Montagearten rein investiert, um eine erhöhte Chance zu bekommen, größere Fische zu bekommen, beziehungsweise auch Trophäen zu erhalten. Und das Investieren in die Route ist quasi dafür da, um die Wurfgenauigkeit, die Wurfreichweite und die Fischkontrolle zu erhöhen. Im späteren Verlauf des Games kommt man dann irgendwann dahin, dass man vielleicht auch nochmal Casting-Routen verwendet. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn ihr einen Spinning-Account macht, der ausschließlich Spinning verwendet, kann man direkt als erstes hier in Casting investieren. Dann würde ich die Spinning-Route vielleicht einfach auslassen, direkt komplett auf Casting gehen und die da investierten Punkte, ja, die lohnen sich dann auf jeden Fall, beziehungsweise dann natürlich auch nochmal in die Rolle zu investieren. Auch hier sind es quasi die gleichen fünf Punkte, die verwendet werden. Ja, und das Endgame im Spinning ist dann das Verwenden von Konventionalrollen. Soweit bin ich leider noch nicht. Wenn man sich überlegt, dass so eine der Top-Konventionalrollen 70.000 ungefähr, 70.000 Silber kostet, ist das schon eine ganze Stange an Geld. Ich spare noch ein wenig da drauf und brauche aber auch noch einige Monate, bis ich das Silber zusammen habe. Dann werde ich das auch einfach mal testen. mit den ganz schweren Rollen dicke, fette Wälse rauspumpen und ähnliches. Wenn ihr jetzt einen Spinning-Account euch anlegt und sagt, okay, ich möchte ausschließlich Spinning machen, habt ihr natürlich irgendwann auch noch Talentpunkte übrig. Da kann man natürlich auch noch in die Kunstköder-Herstellung reingehen. Das allerdings schön auf die lange Bank verschieben. Erstmal alles, was ihr an Silber verdient, in ein besseres Set investieren. Und wenn ihr dann vom Set her irgendwann keine anderen Sorgen mehr habt, ihr habt alles, was man benötigt, eine leichte Route für einen Belaya, eine schwere Route fürs Hechtangeln oder vielleicht noch zwei Routen speziell extra fürs Schleppen gehen, dann kann man irgendwann mal anfangen und sagen, okay, jetzt fange ich hier mit der Kunstköder-Herstellung an. Warum erst so spät? Weil das einfach sehr, sehr viel Silber frisst. Und gerade im Low- und Mid-Level braucht man quasi das gesamte Silber, um eine riesengroße Auswahl an Ködern zu kaufen und natürlich auch passendes Set zu kaufen. Denn ein Spinning-Account lebt davon, dass man eine ganz große Auswahl an Kunstködern hat. Und wenn man die ganzen Kunstköder, die es halt so zu kaufen gibt, einmal jedes Set sich am besten einmal holt, was gerade irgendwie fängig ist, dann gibt man da schon sehr, sehr viel Silber für aus. Wenn dir das Video gefallen hat und geholfen hat, dann lass doch einen Daumen da, abonnier den Kanal und dann sehen wir uns das nächste Mal im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.